Bist du bereit für eine richtig tolle Schule? Hier an der Frankenlandschule Waldirn kannst du deinen Abschluss in den verschiedenen Schularten von der mittleren Reife bis hin zum Abitur absolvieren. Du fragst dich, was wir dir sonst zu bieten haben? Wir zeigen's dir! Uns liegt abwechslungsreicher, multimedialer Unterricht am Herzen. Neben gut ausgestatteten Computerräumen und schuleigener Cloud haben wir auch Tablets im Einsatz. Als kaufmännische Schule vermitteln wir dir praxisnahe Dinge. Abschluss eines Mietvertrags, Leasing eines Autos, Festgeld, Aktienanlagen. All das werden keine Fremdworte mehr für dich sein. Bei uns wirst du auf Beruf und Alltag vorbereitet. Hey, jetzt zeige ich dir, was wirklich interessant ist. Du musst bei uns nie hungrig in den Unterricht. In unserer Juniorenfirma bist du täglich mit Brötchen, Snacks und Co. versorgt. Theorie oder Praxis? Bei uns gibt's beides. Wir führen unser Bistro als echte Firma. Von Einkauf bis Verkauf über Buchführung zu Marketing. Hier bist du in alle Prozesse involviert und kannst eigenverantwortlich mitwirken. Das Beste daran, der erwirtschaftete Gewinn wird für die Schulgemeinschaft genutzt. Gemeinsam schaffen wir das. Hier lernst du, was du für spätere Berufsleben wirklich brauchst. Die Übungsfirma ist ein virtuelles Unternehmen mit realen kaufmännischen Prozessen, wobei die Geld- und Warenströme fiktiv sind. Die Inhalte aus dem Fach Wirtschaft werden praktisch umgesetzt. Dabei arbeitest du wie ein kaufmännischer Auszubildender in verschiedenen Abteilungen, zum Beispiel im Verkauf. In Teams erarbeitest du dir in der ÜFA Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz. Es gilt das Prinzip Learning by Doing. Hier kannst du es dir schmecken lassen und die Pause genießen. Du brauchst Entspannung im Schulalltag? In unserem Bistro kannst du dich zwischen den Unterrichtsstunden mit Freunden treffen, durchatmen, dein Essen genießen und einfach mal Pause machen. Du findest sowohl drinnen als auch draußen das passende Plätzchen zum Chillen. Auch Bewegung wird an der FLS großgeschrieben. Zur Sporthalle direkt neben der Schule gehört ein großer Outdoor-Sportplatz. Du hast unendliche Möglichkeiten. Tischtennis, Basketball, Klettern, Hochsprung. Für jeden ist etwas dabei. Wem der Sportunterricht nicht genug ist, der kann sich auch im Fitnessraum auspowern. Nach dem Unterricht trainieren? Spar dir den Weg ins Gym. Unser Fitnessraum steht dir kostenlos zur Verfügung. Du spielst ein Instrument? Dann leihe dir jederzeit den Schlüssel für unseren Musikraum aus und probe ungestört. Die FLS. Ein Ort, an dem alle wertgeschätzt werden und jeder die gleichen Chancen hat. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir stehen für Toleranz, Vielfalt, Gleichberechtigung und Respekt. Wir bieten dir außerunterrichtliche Veranstaltungen zu Schuljahresbeginn, damit du dich schnell wohlfühlst und gut einlebst. Du bist bei uns willkommen. Durch ein großes Angebot individueller Fördermaßnahmen wie Lerncoaching oder unser soziales Unterstützungssystem wollen wir das Beste aus dir herausholen. Nach deinem Abschluss bei uns stehen dir alle Türen offen, egal welchen Weg du einschlägst. In unseren modernen naturwissenschaftlichen Räumen findet anschaulicher Unterricht statt. Ausprobieren, mikroskopieren, explodieren. Hier lernst du mit allen Sinnen. Unsere Lehrer sind für dich da. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel. Deinen Abschluss. Wir sind eine Schule, die dich auf deine Zukunft vorbereitet. Eine Schule, die dir viele Optionen bietet. Eine Schule, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir sind die Franken-Landschule Waldirn. Na, worauf wartest du? Jetzt bist du an der Reihe.